mit einem Wall-Run und dann einen Sprung. Sehr schön. Ah, und jetzt muss ich hoch. Ah, okay. Aber man muss jetzt hier immer gucken, wo die Steine sind. Ähm. Und hier komme ich so hin. Ja, okay. Ja, hier, das war jetzt nicht so schwer, diese kleine Passage hier. Gut, und jetzt geht's hier drauf. Okay, also ein weiterer Raum mit zwei Dang-Gegnern, hab ich mir schon fast gedacht. Wow. Das war geil. Ja, das hier war so ziemlich der gleiche Ähm. Ähm. Machen wir noch einmal den verbesserten Wirbelwind hier. Ah, jetzt ist der Gegner hier schon K.O. So, jetzt aber ist auch die beiden ähm, dicken hier. Und jetzt ist ein dritter dabei. So, und den mache ich jetzt noch mit so einem Sprungangriff. Oh. Oh, ich bin auch gestorben. Sehr cool. So, weiter geht's. Wohin? Hm, schätze mal hier rauf. Und das wird dann wahrscheinlich so ein Aktivierhebel sein. Ja, sehr gut. Okay. Okay. Wie komme ich da ran? Nein, so schon mal nicht. Ach so, von da aus. So wie es aussieht, ja, das sollte funktionieren. Oh, war aber noch ganz schön eng. Aber hat geklappt und das ist die Hauptsache. So, sehr schön. Ah, hier ist jetzt auch schon wieder so ein Hebelschalter Drehding. Und das aktiviert was? Oh. Schön. Schön, schön. Okay. Ach, wenn ich das sage, lass dich fallen, dann lass dich fallen. Ach so, dann lässt man sich nicht fallen auf der Taste. Okay, jetzt aber. Sind hier noch irgendwo andere Kisten? Nee. Oh, schade, kam gar kein Leben raus. Aber naja. Ich hab ja noch zu Genüge. Fast komplett voll. Nur dieses letzte Dings, dieses letzte Teil, den ich mir sowieso neu dazu geskillt hab. Der ist nicht ganz voll, aber das macht nicht so viel. Oh, da unten sind Stacheln. Das ist nicht so vorteilhaft. Okay, aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Gut, hier geht's weiter. Ja, nicht, sondern hier. Okay. Wow. Wow. Das war hoch. Nicht ganz so einfach. Bats. Umweg ist das Ding. Okay. Ich geh mal schwer davon aus, dass ich hier doch falsch bin. Wow. Hoho. Nicht so einfach. Da muss man das Ganze richtig timen. So, wo geht's denn hier lang? Was passiert, wenn ich hier einfriere? Ah. Vielleicht muss ich da dran springen und dann... Hm. Ah, okay. Relativ einfach. Ich hab noch die Kiste hier kloppen. Schaden. Kein Leben drin. Und jetzt... Nein, nicht dahinter. So. Und jetzt geht's weiter mit einem schönen Wallrun. Oh, was wackelt denn jetzt hier so? Sehr schön. Ich mein guter Leben in so einem Ding. Gut. Weiter geht's mit einem Wallrun. Also hier, das ist jetzt nicht so schwer. Dieser Raum hier. Wow. Ah, okay. Hier musste ich jetzt auch mal wieder... Ah, und jetzt... Ja. Also das mit diesem... Oh, neuer Raum. Kein Wunder. Hm. Die Bäder, also ihr habt wahrscheinlich nicht verstanden, was der Prinz gesagt hat. Er hat gesagt, dass hier wird auch die Oase genannt. Oh. Ähm. Da wollte gerade jemand... Hm, ne. Gut. Also dann aktiviere ich mal hier das Ding. Naja. So hilfreich war das hier nicht. So, ich mach das mal an. Dann kann ich über das Wasser gehen. Äh. Na. Was ist das jetzt schon wieder aus? So. Was? Ah, okay. Das ist nur aktiviert, wenn ich, ähm, auf dem Ding stehe. Aber wenn ich das Wasser eingefriert hab, bleibt es ja natürlich da, wo es ist. So. Und wo geht es jetzt lang? Ach so, okay. Das Wasser. Na toll. Und da kommen wieder meine Sklet-Freunde von der untoten Armee. Ähm. Ah, okay. Ich dachte gerade, das wäre ein paar wenig. Aber, wie ich das Spiel kenne, wäre das natürlich, äh, auf der Tat-Uno geschwiesen. Ging nur gegen vier Gegner zu kämpfen. So, mal ein bisschen Freiraum und dann auf ihn hier, damit er möglichst schnell den Abflug macht. So. Mist. Da lebt aber immer noch der Typ da hinten. Der beschwört ja immer wieder neue. Oh, da sind ja sogar zwei von denen. Ich mach am besten mal die Steilrüstung an. Die ist jetzt, glaube ich, ganz nützlich hier. So, und dann geh ich nochmal auf ihn hier. Was? Was war das? Ich wollte den angreifen mit dem Special Move. Nicht da rauf, Idiot. Na, egal. Ja, meine Steilrüstung ist jetzt natürlich auch wieder futsch. Und das ist noch einer. Er fällt sich wiederbelebt, oder was? Ich tue es doch gar nicht. So. Nein, du sollst den angreifen. So, jetzt aber. Okay, der ist tot. Und ich schaffe mal der andere auch möglichst schnell, sonst wird dieser Kampf etwas schwerer. So, jetzt ist er auch K.O. Okay, jetzt sind keine mehr da von diesen beschweren Skeletten. Aber hier noch ein paar dicke. Natürlich noch normale Skelette oder Zombies, was auch immer. Und hier der mit dem Schild. So, dann mache ich den jetzt mal noch Platz hier. Naja, aber eigentlich habe ich jetzt auch wieder einigermaßen Leben, was daran liegt, dass die ja immer wieder, äh, dass ich immer wieder Leben bekomme, wenn ich die platt mache. Oh, ein Upgrade. Ein neues Upgrade. Ja, komm, ich mache mir mal gerade, oder? Ne, komm, ich mache mir ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Schaden mache ich jetzt. Gut, ähm, das war es jetzt mal wieder mit Let's Play Prince of Persia The Forgotten Sands oder die vergessene Zeit, wie auch immer. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.